Wusstest du, dass Falken gar nicht zu den Greifvögeln gehören und auch nicht näher mit ihnen verwandt sind? Sie sind stattdessen viel näher mit den Papageien und den Sperlingsvögeln verwandt. Viele weitere wissenswerte Fakten über Vögel erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Wie dir wahrscheinlich schon aufgefallen ist, fangen unsere heimischen Vogelarten zu unterschiedlichsten Zeiten morgens mit ihrem Gesang an. Der erste Vogel ist der Hausrotschwanz, der bereits in völliger Dunkelheit etwa 70 Minuten vor Sonnenaufgang mit seinem Gesang beginnt. Nach und nach steigen Amsel, Zilpzalp, Kohlmeise und Co. in das morgendliche Konzert ein. Manche Arten wie das Rotkirchen oder auch die Nachtigall singen teilweise sogar nachts. Beim Rotkirchen kommt das vor allem im Schein von Straßenlaternen in der Stadt vor. Das künstliche Licht verschiebt das Aktivitätsfenster der wunderschönen Art. Wenn zur Brutzeit dem eigenen Nachwuchs Gefahr droht, sind die Altvögel dafür bestens ausgerüstet. Kiebitze und Rabenkrähen beispielsweise gehen dabei ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung vor. Selbst wenn der Eindringling deutlich größer ist, greifen die mutigen Vögel zur Brutzeit andere Arten an, um sie von ihrem Nachwuchs oder Gelege fernzuhalten. Andere Arten wie beispielsweise Enten haben sich da eine andere Strategie überlegt. Wenn ein Feind dem Nest oder den Jungen zu nahe kommt, tut der Altvogel so, als wäre er am Flügel verletzt. Durch das Vortäuschen einer Verletzung richtet sich die Aufmerksamkeit des Feindes auf den Altvogel und die Jungen sind gerettet. Dieses Verhalten nennt der Ornithologe auch Verleiten. Der wissenschaftliche Name des Austernfischers lautet Haematopus australegus, was sich als blutfüßiger Austernsammler übersetzen lässt. Damit wird der Name der typischen Beinfärbung sowie seiner Lieblingsspeise gerecht. Austernfischer sind aber auch unabhängig von ihrem wissenschaftlichen Namen total faszinierend. Anders als bei vielen anderen Wartvögeln legen Austernfischer meist nur drei statt vier Eier. Ihr Nest ist eine kleine Vertiefung in Wiesen oder im Kießsand, der gerne mit Muscheln ausgelegt wird. Der wissenschaftliche Name von anderen Vögeln ist übrigens auch sehr faszinierend. Kiebitz-Regenpfeifer heißen beispielsweise wissenschaftlich Pluvialis squatterola. Der Gattungsname Pluvialis kommt dabei vom lateinischen Pluvia, also dem Regen, und bezieht sich auf die Herbstwanderung, die den Beginn der regenreichen Zeit im Mittelmeerraum ankündigt. Außerdem hat man früher geglaubt, dass der klagende Ruf des Kiebitz-Regenpfeifers im Herbst den Regen herbeirufen würde. Der Alpenstrandläufer brütet übrigens auch gar nicht in den Alpen. Stattdessen bezieht sich das eher auf die hochgelegenen Brutplätze des kleinen Wartvogels auf Plateaus. Die Augen von jungen Uhus sind zu Beginn ihres Lebens blassgelb. Nach etwa vier bis fünf Wochen verfärbt sich die Iris orangegelb bis bernsteingelb. Beim Männchen sind die Augen dann leuchtend goldgelb, beim Weibchen glänzen die Augen eher orange. Uhus wie auch andere Eulen sind dabei überwiegend nachtaktive Vögel. Den Tag über dösen Uhus an Felswänden oder in dichten Bäumen, wo sie bestens getarnt sind. Auch Waldkäuze und Waldeeulen haben Tageseinstände, wo sie gut getarnt den Tag verdösen. Wenn sie dann doch einmal von einer anderen Vogelart entdeckt werden, stoßen diese sehr häufig Warnrufe aus und fliegen teilweise Scheinangriffe auf die Eule, um sie zu vertreiben. Andere Eulenarten wie der Sperlingskauz und auch die Sumpfeeule sind aber auch tag- und dämmerungsaktiv. Mit etwas Glück findet man sie auch tagsüber jagen. Ihr lautloser Flug und die Eleganz der schönen Tiere begeistert die meisten Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter. Dass Vogelbeobachtung glücklich macht, erfahre ich tagtäglich am eigenen Körper. Doch das ist nicht nur meine subjektive Einschätzung, sondern auch das Ergebnis zahlreicher wissenschaftlicher Studien. So hat die regelmäßige Vogelbeobachtung positive Auswirkungen auf die psychosoziale Gesundheit, die mentale Leistungsfähigkeit sowie die körperliche Aktivität. Wenn das nicht drei Gründe mehr sind, noch heute einen Vogelspaziergang zu machen. Ein Tübinger Forscher hat sich mit den Veränderungen des Beobachtungsverhaltens von Hobbyornithologen und Hobbyornithologinnen während der Corona-Pandemie beschäftigt. Die Mehrheit der befragten Ornithologinnen und Ornithologen beschränken den Radius auf ihre Beobachtung auf die nähere Umgebung. Ganze 12% der Befragten gaben auch an, während des Lockdowns mehr Zeit für die Vogelbeobachtung gehabt zu haben. Doch nicht alles an dieser Studie ist positiv. Gerade ältere Personen und Frauen beklagten sich, dass ihnen die soziale Interaktion beispielsweise durch gemeinsames Beobachten fehle. Insgesamt überwiegten jedoch positive Ergebnisse, die den Tübinger Forscher durch den Lockdown trugen. Graugänse gehören zu den häufigsten heimischen Gänsen. Sie sind die Ursprungsform der Hausgans, die der Mensch züchtet und aufzieht. Doch auch wenn Graugänse in vielen Teilen Deutschlands recht verbreitet brüten, nicht alle Brutvögel sind auch wilde Vögel. Viele Brutvorkommen, gerade in Süddeutschland, lassen sich auf Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Tiere sowie deren Nachkommen zurückführen. Trotzdem zeigen sie ein recht natürliches Verhalten, wie zum Beispiel Scheu. Gerade Gänsevögel und Enten sind bei Vogelzüchtern sehr beliebt, sodass in Deutschland einige Gänse und Enten zu beobachten sind, die hier eigentlich nicht heimisch sind. Nilgänse kommen ursprünglich aus Afrika, Rostgänse kommen natürlich in Asien vor. Auch die Mandarinenente, eine wunderschöne Ente, ist eigentlich kein heimischer Vogel. Sie kommt in China und Japan vor, wo sie wegen der Zerstörung ihrer Lebensräume sehr selten geworden ist. In Mitteleuropa sind aus Gefangenschaftsflüchtlingen einige Populationen entstanden. Man findet sie vor allem in Städten, an Seen, in Stadtparks oder auch an Flüssen. Mittlerweile geht man sogar davon aus, dass der wild lebende Bestand von Mandarinenenten in Europa größer ist als der in Asien. Haubentaucher ernähren sich hauptsächlich von Fischen, die sie tauchend mit ihrem dolchartigen Schnabel erbeuten. Dabei können sie bis zu drei Minuten am Stück und etwa sieben Meter tief tauchen. Gerade an sehr klaren Seenen kann man die wunderschönen Vögel auch unter Wasser beobachten, wie sie ihre Beute jagen. Haubentaucher sind hervorragend an das Wetter auf und unter der Wasseroberfläche angepasst. Die Füße sind mit großen Schwimmlatten besetzt, sodass sie sehr schnell und wendig unter Wasser sich bewegen können. Ihre Beine sind weit hinten am Körper angesetzt, was ihnen einen stromlinienförmigen Körper beim Tauchen ermöglicht. Bist du noch auf der Suche nach weiteren spannenden Fakten über Vögel? Dann schau dir jetzt dieses Video hier an. Darin stelle ich dir 13 interessante Fakten über Störche vor. Ich freue mich über ein Like und ein Abo. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.